Flammes Wehrwurfs Artillerie Schlag Ok war schon wieder nicht so clever hier Scheiße Scheiße man Ich versteh gar nicht was der sagt War ihm in dem Panzer irgendwie sie hier Ok ich brauch den großen jetzt Wohohohohoho Der ignorierte tatsächlich alle Truppen das war jetzt nicht so clever Die sind ja alle Rang 6 was denn das für eine Scheiße Wieso krieg ich den hier? die machen ja alles weg Was soll ich denn hier bitte noch machen? Die vielleicht erstmal weghauen hier Der macht ja alles weg hier wie nix Das ist ja mal richtig scheiße Es kann doch nicht sein, dass ich jedes Spiel hier verliere Ich muss noch Ausbildungskämpfe machen Wieso kommt der jetzt schon mit dem Panzer an hier? Ich seh auch gar nicht wie viel Leben hat eigentlich mein Schiff Okay, jetzt ergibt es ein bisschen mehr Sinn hier Die Schweinhunde? Der hat Schweinhunde gesagt Der hat Schweinhunde gesagt Der Vorteil ist, dass er hier die Einheiten ignoriert Aber jetzt muss ich mit der Panzerfaust ran hier Ich hab keine Panzerfaust-Scheiße Ich denke, der kriegt den noch weg Okay, ich stelle meine Panzerfaust jetzt hier hin Wo kommt die denn jetzt her hier? Fick die weg hier Das muss ich aber sammeln Scheiße Komm, 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 komm Zum Sieg Scheiße, Panzerfaust Ich fehl den Panzerfaust da Jetzt hau ich das weg, das Ding hier Gucken, was ich hier jetzt an Schaden mache Gar nicht viel Das ist ja gar kein Schaden Okay, jetzt geht es auch ein bisschen schneller hier Schiff ist weg Ja, hier gewinne ich So, plus null Aber jetzt irgendwas dazu bekommen habe ich jetzt auch nicht, oder? Ich meine, wieso ich hier bitte, ähm Ich mach noch einen Oh, scheiße War da eine Kiste? Ich hab jetzt nicht geguckt, ob da eine Kiste war Okay, das war jetzt nicht genug hier Ich stelle erst mal ein M-Genest auf Und jetzt war die auch ein Panzer Oh, scheiße, da kommt der schon mal her Panzerfaust So Dann machen wir mal ein M-Genest weg Die blöde Sau Aber er ist noch da Er ist noch da Los, komm hier Sieh zu Konert hier Was ist mit meinem Arterie stark? Ich hab ja Ich hab gar nicht drauf geachtet Das war nicht so clever Oh mein Gott Die hauen das alles so schnell weg hier Wieso sind die Rang 2 hier? Was? Ich war doch noch gar nicht so weit Oh, Niederlage um Niederlage Ist doch nochmal derselbe hier Wie soll man hier bitte gewinnen? Ich bin zu meinem Ernst Ey, wieso man hier gewinnen? Äh, Wiederholung, Einstellung Nee, kann ich hier nicht Hier, shopp Ich hab doch Gold Rüstungskiste Zentralpazifik Spezialeinheiten Kiste Ja, soll ich mir wo die normale fucking scheiß Kiste kaufen hier Vielleicht neuen Flammenwerfer Einheiten insgesamt Ja, komm So, was haben wir hier Marineunterstützung Die hohen Schaden anrichtet Effektiv gegen geschützte Infanterieeinheiten Sowie geschwächte Störmer Alles klar Ist das das nächste? Was ist das? Stellung extrem effektiv Beim Einstecken von Treffern Die hohen Schaden anrichten Alles klar 33 Mal Aufgewertet Auf Stufe 33 Oder was? Äh, gute Sache Und das ist ja auch schon hier Alles klar Unsere Sourcen Hab ich nicht? Ach nee, ich hatte 250 Gold Okay, hier kann ich jetzt noch was kaufen Neue Rekruten verfügbar Und so und so viel Okay, ich probiere es mal so Einheiten Befördern Alles klar Okay, mehr geht nicht Ähm Das Geschütz will ich auf jeden Fall drin haben Dafür nehme ich was raus Was nehme ich dafür raus? Einen Atterrieschlag lasse ich drin Scheiße, die Einheiten brauche ich eigentlich auch Der Kommandant ist eigentlich für den Arsch Aber er ist episch Und der soll ja irgendwie Also gut sein Was, die sind dran? Vier Das sind doch die Ränge, oder? Offizier ist bereit Offizier ist bereit Ähm Ich nehme die trotzdem raus So, pass mal auf Ich nehme die hier Verwenden Rausnehmen Die Befördern Flächenschirm Plus 50 So, jetzt muss ich überhaupt mal Hier was verdienen So Ich mache jetzt noch eine Schlacht Ich schlachte mich durch hier Bis zum geht nicht mehr Ach, ich hatte den Ausbildungskampf Hätte ich ja noch machen können Aber ich habe das Gefühl Ich kriege dafür gar nichts mehr Nicht mach doch Fuck Doch jetzt Ich mache nochmal einen Ausbildungskampf Wayne Shark Das sind alles null Okay Ich habe schon fünf Drei Zwei Eins Das war ein einziges Geschoss Wurde ich mich verarschen Jungen Das ist doch kacke Guck mal Wie viel Schaden der Penner macht Wir sind in Dothenburg Take him out Don't seek Ja Eben gerade erst reingestellt Hier den Jungen Naples strike Das soll großer Schaden sein Also ich weiß nicht Komm mir nicht so unterliegt Groß vor hier Okay, muss ich zusehen Jetzt hier Komm Ich muss mir jetzt diesen Panzer besorgen Sonst geht das hier Wir kann nicht weiter Mg-Nest Schnell, aber schnell, 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 schnell So Machen wir nicht mein Mg-Nest weg Dann gibt es was auf die Glocken hier So, leichter Panzer auch noch dazu Aber mein Mg-Nest steht noch Immerhin Buh, ich hab's ja gleich Geht kaputt Biss ja Jetzt aber So, mit der Kommandopunkte Gewonnen So, krieg ich jetzt auch was Gar nichts Ich krieg hier gar nichts Ich brauch das gar nicht spielen Das war im Ernst Ähm Soll ich nochmal Gold ausgeben hier Für den Shop oder was Ne, ich hab keine Ahnung Gepanzert, ja 40 verfügbar Achso Ich muss die Aufwertungen kaufen hier Ich kaufe die Aufwertungen Alles klar Kaufe mir Kaufe mir Kaufe mir 109 Ich habe gar nicht mehr Scheiße Äh, pass auf Ich kaufe noch so eine Spezial Wumms hier Es ist ja auch alles zum Spaß hier Guck mal, was haben wir da drin Jetzt habe ich nicht so viele Kaserne Stellung, die wäre schon sehr effektiv Sehr effektiv zur Unterstützung von gepanzerten Einheiten Okay, erst klar So 34 Mal Atelier Schlag, okay Und Ressourcen Gut, äh, Einheiten Lass mal die hier aufwerten Flächenschaden 167 Radius 3 Meter Ähm Verwenden Und rausnehmen Tue ich jetzt, äh Ja, den Der ist zwar episch Aber im Moment kann ich nichts mit dem anfangen Und ich spiele ja auch erst seit 20 Minuten 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Okay Ich würde sagen Schlacht Ich spiele jetzt, äh, gewertet Wie finde ich denn das Spiel bisher? Schwer zu sagen Oh, guck mal da oben Jetzt sehe ich es hier Was ist denn das? Da steht ja auch nichts weiter hier jetzt Sind das die Sternchen? Wie hießen die Sternchen? Für 10 verdiente Sternchen gibt es eine Kiste Ja, und dann habe ich keine Sternchen weiter verdient Ähm Ja Es ist witzig, aber ich kann mir vorstellen Dass so nach einer Stunde oder vielleicht zwei Das wirklich arg langweilig wird Und ob man nochmal zum Spiel zurückkommt Ist zu bezweifeln Das ist ja jeder unterschiedlich Ich würde da wahrscheinlich nicht nochmal zurückkommen Feind entdeckt Es geht los, schnell einen Schluck trinken Multimitamin-Soft So, ich habe eine Kaserne jetzt hier Da kommt schon meine Gewehrschützen Mal gucken, ob das was bringt Panzerfaust Haben Sie Panzer hinterher? Ich potze hier so Irgendwann so ein Panzer hier Oder irgendwie so ein Scheiß Das ist ja gar nichts Ich weiß nicht, der in Ernst hier, oder? Eigentlich bräuchte ich einen MG-Nest oder sowas Okay, der ist weg noch Habe ich alles hier Jetzt nehme ich mir noch einen leichten Panzer, würde ich sagen Okay, 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 okay Mal gucken, ob der das Ding hier noch wegkriegt Jetzt habe ich natürlich keine Barrieren So wie der andere Typ da erstellt hatte So, Kaserne hierhin Hält man wohl nur ein einziges Mal, so wie es scheint Im Genest Kacke, die sind immer schnell tot hier Wie oft kommen die eigentlich raus? Das frage ich mich gerade Guck mal, da läuft eine Zeit ab Jetzt sehe ich das erstmal Okay, der ist da In hier, komm, schnell Wo von oben, genau so sieht es aus 6, komm, wir haben schon Was geholt hier Noch 30 Sekunden, oh shit Wie schnell soll das gehen hier? So, jetzt Panzer um Panzer Jetzt wird hier gefightet Ich muss mich aber weilen hier Ich knall jetzt alles raus, was geht So, den Kollegen auch Hier, Panzer, ich brauche schnell Panzer, komm Sudden Death Das mache ich dann wohl hier Komm, Sudden Death, Motherf... Zack Zack So Raketen rauf da Puff, hau weg Die Kjacke Sieg, Mutter Leute Ja Oh, Rationskiste Das sind Sternchen Aha Ist das ein bisschen Ressourcen? Just do it Puff, fast klar Okay, ähm Hier Fünfzehn Minuten Fünfzehn Minuten Habt ihr einen an der Murmel? Ist egal, okay Jetzt gebe ich Gold aus Fünfzehn Minuten Das ist ja heftig Okay, was haben wir hier? Stacheldraht Sofort zerstört durch Fahrzeuge Okay Weiß ich gar nicht, ob sich das lohnt Ich nehme kein Stacheldraht Ganz im Ernst Komme ich hier irgendwann noch woanders hin eigentlich? Das ist die Frage Verstärkung Gibt es hier was? Oh, ich brauche noch ein paar Sternchen Ähm Meine Einheiten Ja, genau wie werde ich die irgendwie? Oh, kommen da jetzt nochmal irgendwie Punkte dazu? Habe ich gerade irgendwo Punkte erlangt? Ich habe es nicht gesehen, ehrlich gesagt Aber ich mache nochmal eine Schlacht Eine mache ich noch Er ist schon wieder Komm, jetzt aber Jetzt aber Eben gerade hat es funktioniert Machen wir es gleich nochmal Hier haben wir mir erstmal einen MG-Nest hin Hier, Alter Wir greifen erstmal von einer Seite an, würde ich sagen Ich weiß auch, was der wartet Der wartet darauf, dass er richtig geil hier Ähm Einheiten herstellen kann Oh, ob ein Panzer hier irgendwas Ich brauche mal panzer hier irgendwas Ach, du bist clever, Hä? jung noch mehr im gehen das habe ich ein flammer von mir guck mal wie er sich gleich zwei händler hat der kleinen motor trucker jetzt will das wissen jetzt will das wissen jetzt will er richtig auf die kacau in der jugend ich hab noch mal was kaputt oder was schnell ich brauche hier panzer faust aber flotte die flotte die kommt ja so schnell die her mit dem scheiß man ich verballe hier meine punkte zu füssen für nichts das ist scheiße wo trinken panzer also jetzt waren die scheiße klar jung panzer faust schnell schnell panzer faust wissen können doppelte kommande punkte jetzt aber ich schaue die schreckung sechs kommentarschloch nichts gegen dich aber du musst du musst verändern hier ganz auf haust schlag kommt auch weg alle mehrere t hier kommen das ist absichtlich falsch ausgesprochen ey oh shit im Guinness schießen die rüber das war ja schon beknackt ey 16 sekunden doch komm 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 mit dem uns abschalt panzer hier ab kommentarschloch die plus 27 jahre jetzt wird es langsam hier schauplatz info hier muss ich wohl draufklicken vorräte pro sieg ach hier anfahrungslimit für gewöhnliche einheiten plus 10 seltene einheiten siegvorräte pro tag wie mehr als 20 gibt es nicht oder wie findet diese fehlenden einheiten an diesem schauplatz der werger was ist denn das das ist hier hat das an rüssel das ist ein schermann oder so das japaner wir sehen immer durch der der heute war so anstrengend nordafrika wahl war wasser zentralpazifik überniter wird also hier gibt es ein paar ganz coolen jeep wäre auch geil ja was soll ich sagen ja es ist doch recht unterhaltsam aber ich denke mir auf dauer also wenn man nicht schnell genug weiter kommt das ist ja so spiel ich weiß ja gar nicht ob man ich will mal gucken wahrscheinlich könnte man imperial klick einfach mal auf eine spezielle einheitenkiste so ich klicke auf 400 zum shop alles klar so ein bisschen pay to win muss natürlich drin sein weiter vorräte benötigt ok ja unterhaltsam aber für mich halt nur kurzweilig weil ich glaube so noch jetzt ist knappe stunde ich merke schon ein bisschen bock habe ich noch aber so ich glaube in einer halben stunde wäre es dann auch ein bisschen zu langweilig für mich aber ich bin noch ein paar runden vielleicht mache ich noch ein video weiß ich nicht aber es kostet nichts gibt es gratis bei steam im moment ich weiß nicht genau wann es erschienen ist vor kurzem erst obwohl ich vor kurzem stimmt gar nicht habe ich habe das schon im letzten jahr untergeladen deswegen wusste ich nicht mehr genau was das ist also wie gesagt gibt es glaube ich immer noch gratis bei steben wenn ihr da ich sehr doch spiele jetzt bin ich bin total bescheuert natürlich gibt es das gratis bei steam denn ich habe ja nicht bezahlt für dieses spiel ich kann es immer noch spielen also gratis bei steam da könnt ihr euch aus wenn es noch witzig findet ich versuche jetzt erstmal ich muss mir erstmal holen ich bin so mach in der birne also danke fürs zuschauen hinterlassen abo ansonsten weitere videos ja denkst du aber tut euch ja nicht weh und ihr könnt das ruhig schon mal machen also bis bis zum nächsten mal holen ciao ciao